Es ist halt anders. Es ist total voll, überall irgendwelche andere Musik, überall irgendwelche anderen Schilder. Es ist ziemlich laut auch, das ist man ja von Deutschland nicht so gewöhnt. Und ja, die verschiedenen Gerüche auch in den ganzen Gassen, es ist schon was Neues. Ziemlich warm und naja, die Luft, der Geruch ist alles ganz anders. Auf jeden Fall finde ich es ziemlich cool. Also auch hier die Kultur und die ganzen Motorräder, was ganz eigenes. Ziemlich. 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 Ziemlich.